Einfahrt zum Fahrerlager, heute Vatertag, klassisch Grasbahnrennen in Lüdingenhausen auf dem Westfalenring. Mal gucken, wie es wird. Erstmal Ziel 1, qualifizieren. Mein Name ist Amel C. Lüdinghausen. Ich freue mich, dass ihr so zahlreit gekommen seid. Ich freue mich heute Nachmittag und heute Morgen auf spannende Trainingseinheiten, auf spannende Rennen. Das Wetter ist nicht top, sondern ein bisschen bewölkt. Aber gleich geht es los. Erstes neue Training. Musik 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 Vielen Dank. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh.